Welche verschiedenen Arten von Drug-Screening-Tests gibt es? Die häufigsten Tests zum Nachweis von Substanzen im Körper sind Urintests und Blutuntersuchungen. Es können auch Drogentests mit Haarsträhnen und Speichel durchgeführt werden. Einige Drogentests werden in einem Labor, einer Arztpraxis oder einem Krankenhaus durchgeführt, aber viele Drogentests können überall durchgeführt werden. Manchmal kaufen Menschen zu Hause Drogentests, um ihre eigenen Ergebnisse oder die Ergebnisse einer anderen Person im Haushalt zu überprüfen. Für die grundlegendste Art von Drogentests kann ein Drogentest mit 5 Testfeldern verwendet werden. Es erkennt das Vorhandensein der 5 am häufigsten missbrauchten Drogen auf der Straße. In der Regel umfasst der Test mit 5 Testfeldern den Nachweis von Kokain, Marihuana, Amphetaminen, Opiaten und Phenylzyklohexylpiberidin, auch bekannt als Engelstaub? Ein umfassenderer Test wird treffend als 10-Panel-Wirkstoff-Screen bezeichnet. Der Nachweis von Medikamenten wie Methamphetamin, Methadon, Babiduraten, Benzodiazepinen und trizyklischen Antidepressiva ist normalerweise in diesem Test eingeschlossen. Die in einem 5-stufigen Drog-Screening gefundenen Medikamente werden auch im 10-Panel-Test nachgewiesen. Urintests sind die am häufigsten angewendete und kostengünstigste Methode zum Wirkstoff-Screening. Schnelle Ergebnisse, in der Regel in weniger als 10 Minuten, machen den Urintest schnell und bequem. Der Urintest zeigt, welche der getesteten Medikamente sich, falls vorhanden, im System des Probanden befinden. Der Urintest ist ideal für die Erkennung von Medikamenten im Körper, wird jedoch nicht angeben, wie lange der Patient das Medikament genommen hat. Es wird auch nicht angezeigt, ob er oder sie zum Zeitpunkt der Entnahme der Urinprobe dem Einfluss ausgesetzt war. Mit Urintests können Medikamente für die meisten Substanzen innerhalb von 2 bis 3 Tagen nach ihrer Anwendung nachgewiesen werden. Marihuana kann für einen längeren Zeitraum nachweisbar sein. Speicheltests können in der gleichen Zeit in der gleichen Zeit die gleichen Ergebnisse liefern wie Urintests. Die Ergebnisse werden innerhalb von Minuten auf dem Teststäbchen angezeigt. Im Falle einer positiven Messung muss das Teststück jedoch an ein Labor geschickt werden. Die Bestätigung eines positiven Ergebnisses kann mehrere Tage dauern. Aus diesem Grund wird es nicht so häufig verwendet. Bluttests sind die genaueste Form von Drogentests. Sie sind auch am invasivsten. Diese Tests können alle Arten von Drogen, Alkohol und sogar Tabak untersuchen. Im Gegensatz zum Urintest kann ein Bluttest normalerweise feststellen, ob der Patient zum Zeitpunkt des Tests unter dem Einfluss von Medikamenten stand. In Krankenhäusern wird häufig ein Bluttest durchgeführt, um festzustellen, ob der Patient besonders nach einem schweren Unfall unter dem Einfluss steht. Haarsträhnen-Drogentests sind nicht so häufig wie Urin- oder Bluttests. Bei diesen Tests wird eine Haarsträhne des Patienten auf Spuren bestimmter Medikamente untersucht. Die Haarprobe wird normalerweise vom Kopf genommen, kann aber von überall am Körper stammen. Abhängig von der Länge der Haarprobe kann eine mehrjährige Anamnese erzielt werden. Im Laufe der Zeit sammeln sich auf natürliche Weise kleine Spuren von Wirkstoffmolekülen in der Haarsträhne an. Das Labor kann berechnen, welche Medikamente vor wie langer Zeit eingenommen wurden und wie viel davon eingenommen wurde. Der Haartest ist am effektivsten bei der Bestimmung eines längeren Drogenkonsums in der Vorgeschichte. Es kann jedoch sein, dass der neueste Drogenkonsum nicht erfasst wird.